It's time for World on the Ground Wrestling. Ich hab' keinen Vollbart, der Luz. Was ist's? Sei froh, dass du jetzt ein Jahr lang dich vertschüsst, weil sonst hätten wir am nächsten schon ein Problem. Ich bin eh da. Ja, aber heute hast du eh schon ein Problem genug. Ich will da kein Zweites bescheren. Da kommt der Mario! Bitte auf's Zeit nehmen, ich bin 15 Minuten. Subste! 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 Come on! Come on! Come on! Come on! 15 Minuten? 15 Minuten? Okay! Okay! Dieses Match ist ein Zeit-Limit-Zeit-Begrenz... Ein Time-Limit-Match! Ein Zeit-Begrenztes Match auf 15 Minuten! Wenn es nach 15 Minuten keinen Sieger gibt, ist das ein Unentschieden! Boah! Voll intelligent! Es gibt aber auch keinen Gewinner, keinen Verlierer, keinen... Weiß ich nicht, wurscht! Alles! Die Gewinner sind auf jeden Fall das Publikum! Unsere... Unser... Kampffreie... Rundl macht heute gleichzeitig auch das Timekeeping! Ja! Und du musst nur meine Zeit draufhauen und nicht mir da herumgurten mit deiner... Die Uhr kann ja keiner lesen erst. Ja, ich kann's lesen! Na dann pass, dann sag uns die Zeit auch! Nein, das machen eh wir. So, Kampffrei, damit es weitergeht. Ich will endlich ein Bier! Kampffrei! Kampffrei! Zeit läuft! Die ersten drei Sekunden sind schon vorbei! Fair play, my friend. Fair play. Fair good job. All right, my friend. Das ist die Welt. Das ist die Welt. Das ist die Welt. Rowdy, 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 Rowdy. Na, Moment. Den wir das auf der anderen Seite auch oder bringen wir das nicht zum. Okay. Diese Seite. Das ist die Welt. Rowdy, 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 Rowdy. Das ist auch unterm Auge tätowiert, der Subste. Ja, das ist noch von Kanadien. Na, wer wird der Stärkere sein? Ja, da wird keiner lösen. Du brauchst ja nicht lösen, der Martin. Der macht das so auch. Ja, da wird keiner lösen. Eine Machtdemonstration. Ein Klobeheit. Na, mach auch auf den Griff, Radal. Oh doch, das gelingt ihm schon gar nicht. Wristlock. Komm. Wo ist es? Rowdy, 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 Rowdy. Reise raus, du Sassdl. Er braucht eh noch eins zum Pisa. Du musst neutral bleiben. Ich muss gar nichts. Der da fuhren muss neutral bleiben. Ich ne. Oh, schöner Wechsel. Oh, oh. Wo. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Das passt gut. Komm schon, Rowdy. Oh, oh. Und an die Rowdy-Fans. Oh, oh. Rowdy, die fuck mit Maximum. Er zockt den Zeug nach Rune Guinness! Ja! Kaudi! 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 Mein Front Headlock! Bei dem Knack wird er das nix nutzen, Radel. Ein harter Schlag! Na ja! Ich glaub das sind mehr Substefens! Ich würde jetzt nix sagen gegen meinen Technikpartner, aber wenns du hier hast, dann ordentlich hier werde. Der braucht das! Ich hab gesagt ordentlich! Huck am oben! Aber das Bein tut mir nicht! Probier's! Kaudi! 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 Kaudi Slippo, Slippo erholt. Und ein Schrägchen. Erst verschwiezt es nicht mehr. Ja, das ist ein Vier. Rowdy wird angezählt, aber er steht bei fünf. Ein Armbrick und der Schöter ist am Boden. Ein Hittes. Beide werden angezählt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, fünf. Sechs, sieben, 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 drei, vier, fünf. Ein Vorarm. Ein Vorarm, Petro. Vor allem, nehmt die Spucke aus. Das ist ein Leuchttes, nicht auf mich, die Spucke. Ein Hand, ein Wristlock. Schöner Leckluck auf den Arm. Und wieder ein Astor weniger. Jetzt auf den Braude. Steh auf. Ja, reißen wir aus, das Astor. Hüppert den Braude auf. Braude, Braude. Braude, Braude. Nein, du schaffst das. Graude, Braude. Raux von Raoude. Ja, aber beide wanken schon. Do you want to see that? Oh nein, 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 nein! Schöner Konter! Big Body Drop! Come on! Schöner Konter! Schöner Konter! Schöner Konter! Schöner Konter! Schöner Konter! Und ich kann euch schwören, das tut höllisch weh. Raudi, Raudi! Elbauer! Raudi! Raudi! Haudi! Raudi! Raudi! Komm schon, Raudi! Was ist denn, du hast dich gefeiert? Steh auf! Raudi, steh auf! Raudi! 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 Jaaaa! Ein Neckholz! Deswegen trainieren wir den Nacken so sehr. Ja! Gibt's das? Raudi! Raudi! Keine Aufgabe von Raudi! 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 Jaaaa! 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 Oh, was wird das? Ansatz zum Parkräuber! Abgedruckt! Oh, Ansatz zum Super-Ex! 1! 1! 2! 3! 4! 1! Ich weiß nicht, was die beiden Männer ausheuten. Nix! Sprecher! DINETI! Wie ein Pfinschipfeier ist er geflogen. RAUDI! 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 Zehn Minuten Kampfzeit! RAUDI! RAUDI! Schöner Dropkick! RAUDI! 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 Dropkick City! RAUDI! 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 Aber der Raune gibt nicht auf! So sind die Schotten! RAUDI! Sieben! RAUDI! Und er steht wieder! RAUDI! RAUDI! Schnittmehr! RAUDI! 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 Auf dem Atte! Wir! 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 Also wir waren ein Sohersnobä! Wir haben ihn an! Raulie! Raulie! Danke, Herr Ons! Halt euch nicht, bitte! Raulie! Los Raulie! Raulie! Wir haben ihn doch seit Wochen übrig! Wie viel? Raulie! 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 Revan! Steh wir an! Eins! Zwei! Drei! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10! Und Stammer! Zwei Minuten sind noch übrig. 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 4, 5, 6, 6, 8, 9, 10. Eins, zwanzig noch! Die Woche fertig! Tja, eins, zwei, drei, vier, fünf, eine Minute! Die letzte Minute ist angebrochen! Da steht schon wieder Rocker nach oben, den irischen Schotten oder den schottischen Irren. 50 Sekunden noch! Snap-to-back nach Sonnenkamp! Eins, zwei, vierzig Sekunden noch! Vier, fünf, fünf, sechs, 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 eine halbe Minute ist noch übrig! 30 Sekunden! 20 Sekunden! Zähnen! Zehn, U bulun, acht, sieben, sechs, einh und vier, drei, zehn, 놓iner! Und dieINTEN, Dix, drei, drei, zwei, zwei, drei, drei! Was für ein geiler Kampf! Aber trotzdem, einen Applaus an beide Kontrahenten, obwohl ich zu meinem Partner sagen muss, 15 Minuten für einen Schott ist in Irma, ja. Ja, die Schott geben mir da auf, du hast nicht Braveheart gesehen. Jetzt ist spät, wenn sie mal anfeuert, der Kopf ist vorbei. Also noch einmal einen ganz großen Applaus für Ruddy! Und dann einen ganz großen Applaus für den Schüttel! Okay!